So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Jetzt haben wir jetzt eine Klimaanlage an. Satisfactory. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Ah, da ist der Minator Mod 2. Boah, das wäre so geil. Hä, nee, wir haben nicht genug Strom. Wir brauchen erstmal die Kohle. Ja, ich suche gerade zumindest... Kohlekraftwerk ist ausgerüstet. Ausgewählt. Achso, du willst das gar nicht jetzt machen. Es gibt noch keinen Sprengstoff. Achso. Wir haben doch schon alles durchgeguckt. Es gibt eine Pistole und Biomasse. Ich denke bei... Ja, entweder durch Forschung. Xenobasher. Starke Elektroschocker. Okay. Hast du noch Eisenplatten? Ja. Müsstest du doch genug haben, um das da zu schütteln. Damit krafte ich jetzt die Sachen für Maudado und ein paar Looten. Oh. So, ein paar Schräbchen. Dann... Sechs Rotoren. Äh, das dann noch ein... Sechs modulare Rahmen. Und damit mache ich jetzt zwei Sprungstelzen. Genau. Perfekt. Dann kann ich Maudado welche geben und ein paar Looten lege ich da welche. Äh, du hast jetzt aber auch alle Craftingstationen abgerissen oder wo sind die? Ach, hier. Oh. Voll im Bild. Voll. Ja. Puh. Wie in zwei Zentimeter außen rumlaufen. Äh, ist das sonst irgendwas Interessantes? Der Objekt-Scanner. Wie mache ich, dass die... Wie mache ich, dass die höher sind, die Fördermasken? Schreckt das nicht. Achso, nach oben. Ähm... Du drückst ein einziges Mal diese... diese... diese Verbundstelle irgendwo hin und dann ziehst es nach oben. Aber das geht nicht endlos. Ah, wir können nach Elektroschnecken scannen. Achso, warte, ich bring dir die Elektroschnecken. Wie scannt man nach Sachen? Ich verstehe dich nicht. Achso, mit Rechtsblick stelle ich um. Oh, piep. Bären? Maudado, hast du noch Kabel? Wer piept immer? In der Kiste hier sind noch Ultrapierkabel, oder? Hallo? Aber da oben sind bestimmt welche. In welcher Kiste siehst du gerade 1500? Äh, Kupferdrähte. Ach, du bist da hinten. Ah, so. Ja, da wo die Kupferdrähte hergestellt werden und dann kommen. Ja, Maudado, du kannst deine Dinge abholen, ne? Oh, wo? In der Kiste. Oh, ich hätte fast den Hub abgerissen. Okay. Nice. Oh. Das sind so Portal-Schuhe. So in etwa, ja. Aber ich glaube, du kriegst trotzdem noch ein bisschen Falschaden. Also die machen den nicht komplett weg. Buddy. Hui. Ja, und du läufst schneller. Oh, hier bleibt das einfach stehen. Ah ja, das ist praktisch. Oh Gott. Ich bin gegen die Tante gefroren. Dankeschön, Zermatt. Danke schön, Zermatt. Unsere Sachen hier funktionieren gerade nicht mehr. Ja, weil eine Maschine leer ist. Oh, ja. Ich wollte mir als nächstes... Ah ja, wir gehen gerade an Kohlekraft. Sehr gut. Äh, nicht... Da zeigen wir es dem Planeten mal. Ja, machen wir den fertig. So. Äh, dann hole ich die Platten. Und dann brauchen wir noch ganz viel Draht. Ja, Draht habe ich nicht. Und da war auch nichts drin. Die haben mich verarscht. Ah, jetzt arbeiten die wieder. Okay, alles gefüllt. Hä, da ist doch noch 1000 drin. War ich an der falschen? Wie oft noch? Du siehst doch sogar, wo die ankommen. Ja, ne. Gerade lief ja hier gerade gar nichts. Deswegen... Ich konnte nicht sehen. Oh, ein Maudado drüben. Sowieso. Hier rein. Ah ja. Ach ja, Maudado. Den kenne ich nicht. Ich craft mal die 200 Kabel. Ja, ich hole die Platten. Sind bestimmt schon fertig. Ich habe da gerade 5 rausgenommen. Also, ich weiß nicht. 2. Epic win. Ich craft den Rest. Er hat seine Helmlampe an. Oh, oh. Sorry. Ähm. Danke. Stromverschwender. Kabel fertig. Okay, wir brauchen nur noch die Platten. Ich packe es rein. Hui. Zedekulala. Hui. Meister on Unlock. Kohlekraft. Jetzt können wir, glaube ich, nach Kohle scannen auch, ne? Ja. Neu scannbare Ressourcen. C. Kohle. Kohle. Und Kohle ist 500 Kilometer weit weg. Ne, nur 500. Oh. Oh. Bei Maudado sogar. Den kenne ich. Oh, danke. Ich kenne dich auch. Ja. Maudado, bei dir blinkt ne Maschine rot. Aber die ist an nichts angesteckt. Okay. Ja, perfekt. Hast du ein alter Biomassabrenner? Den bau ich mal ab und nehm den mit. Oh, ich nehm einen Minator mit. Oder hast du einen? Ich hab einen. Ah. Egal. Mach ich direkt zwei noch. Ich kann mir das da gönnen. Kohle? Ja, kack auf die Natur. Da lang. Sagt der, der hier auf Kohle bauen will. Ja, nur weil Biomasse so anstrengend ist. Hä? Es ist so automatisiert. Aber nicht in alle rein. Ja. Kannst du machen, dass sie direkt reingeliefert werden? Dann bin ich glücklich. Ne, ich glaub das geht nicht. Ja, aber Kohle. Da stecken wir einfach jetzt sieben Batterien rein in die Kohle. Und dann lassen wir die einfach in alle Maschinen liefern, die Strom machen. Ja. Haben wir, also. Was haben wir denn in Kohlegeräten jetzt? Kohlegenerator haben wir auch. Ah ja. Wir brennen Kohle, um Energie für dein Stromnetz zu erzeugen. Oh, Elektroschnecker. Er hat einen Eingang für Automatisierung. Oh, Nettka. Komm mal hin. Bitte. Gott. Kohle? Hilfe. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle, Tralala. Äh, Edgar, Edgar, überleg es dir. Bitte. All die Jahre. Ich hab dir nur geholfen. Äh. Willst du ein Auto? Willst du die LKW-Station für Paluten bauen, Mauter, wir haben die. Die LKW-Was? Unter Fahrzeuge. Schlepper und LKW-Station. Sendet Ressourcen an Fahrzeuge oder empfange sie von ihnen. Hat ein Inventar von 48 Slots. Aber was brauche ich dafür? Was ist das? Ein Signalisator? Ja, die kannst du in der Ausrüstungswerkzeuge. Ausrüstungswerkstatt bauen. Kosten kommt nix. Okay, okay, okay. Ich will aber das hier noch fertig machen. Ihr wollt gerade hier noch die Rotoren automatisieren. Äh, Rotoren? Motoren? Rotor. Ah, Rotor, Schmutor. Danach mach ich das direkt so, ey. Kann ich ein Kohle... Nee. 400 Beton dabei zu haben, lohnt sich, muss ich sagen. Das ist echt ein geiles Leben. Geiles Leben. War eine geile Zeit. Ja, aber es tut mir leid. Es ist vorbei. Und das war's mit dem Projekt. Tschüss. Natur ist tot. Ist Manu jetzt bald da? Ach, da ist Manu. Ja, ich baue mir einen Weg hier hin. Du baust dir einen Weg hier hin. Ja, den direktesten Weg, den wir nehmen können. Wer kommt denn auf so eine gestörte Idee? Keine Ahnung, vielleicht der, der es gerade macht. Ey, mach gerade. Hör auf. Ey, hör auf. Ey, ich würd's nur einen Weg machen, oder? Oh, nee. Ist okay. Ich pack Sachen rein. Ich hab welche dabei. Hast du Biomasse dabei? Ja, genau. Ja, ja. Oder was Besseres als Biomasse. Äh, mach ich ein Stromkabel ran. Ich hab kein Kabel mehr. Als ob. Hast du ein Kabel? Ja, hier. Zwei und dann einfach verbinden. Glücklich. Ja, ich hab seit irgendeinem Tod. Den ihr verursacht habt. Und nichts mehr in der Leiste. Okay. Wir verursacht haben. Ja. Strommast, nicht. Stromleitung, okay. Oder? War das so? Stromleitung, ja. Klick, klick. 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 Ja. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Arbeitet der jetzt? Er arbeitet, ich hör ihn. Ja, ja. Ich hab schon gehört, wie er angefangen hat zu budeln. Genau. Noch eine Rampe hier hin. Oh ja, geil. Ey, geil. Geil. Ja, wir wissen, was wir wollen. Wir wissen's. Ja, jetzt. Ja. Ja, dann mach ich das eben, ja. Oder? Na, guck mal, da drüben können wir kämpfen, Manu. Komm. Lass die Superbienen bekämpfen. Hast du dich mal bekämpft? Bei mir waren die überall in der Wüste. Ich hab drei AP, ich bekämpfe gar nichts. Aber hier sind Gegner, die müssen wir wegmachen. Ja, ich hab drei AP. Okay, ich lenke den ab. Okay, ich helf dir. Oh. Hahaha, Opfer. Tot. So, das da vorne ist das nervige Viech. Ich ess mal kurz ein paar Bären. Ja, kannst du nicht, ne? Ja, doch klar. Ich kann dir... Ey, natürlich einfach rauslegen, da. Am Boden neben dir. Ach so. Lell. Ich weiß nicht, warum wir immer zu einer Kiste gehen. Lass dir schmecken. Wie war das? Wie konnte man die Sachen switchen? Mostra. Auf der... Ah. Lol. Lol, okay, jetzt kann ich alles töten. Okay, dann geh vor. Kämpf gegen die Bienen. Hallo? Drei Stück kommen da raus. Zumal, zumal. Da. Wir fliegen rum und greifen dich immer ab und zu an. Die. Och. Ich mach mir das Alienzeug, was wir getroppt haben. Alienpanzer? Was bist du? Soma-Sloop. Was ist in den Tod reingesprungen? Ich nehm den Soma-Sloop mit. Ach. Ist tot. Danke, Somas-Sloop. Okay. Toller Kampf. Danke. Gut gemacht. Äh, Frage. Dürfen... Können wir mal bitte als nächstes ganz, ganz kurz... die, äh, Erweiterung der Förderbänder leeren, damit ich das jetzt hier direkt mit den Neuen bauen kann. Ja. Der Pod kommt in eineinhalb Minuten zurück. Ja, dann warten wir. Komm, ey, das macht keinen Sinn. Ist ja mega nervig sonst. Ich nehm schon mal 100 Kohle mit nach Hause. Ja, ich hab hier ein reines Kohleherz. Ich baue da auch gerade ein bisschen was ab. Mit 200 Kohle. Ja, hier kann ich nur eine Rampe bauen. Kohle hat's abgebaut. So, du machst das mit den Gehwegen, ne? Äh, ja, wenn wir da noch mehr brauchen, gerne. Ja, ja. Muss ich an ein Fundament anschließen. Genau. Hä? Ja, kann man's da direkt so machen? Mit der Rampe. Ja, ne, weil für die, jetzt musst du eine Rampe bauen, dann wieder eine gerade Fläche auf die gerade Fläche eine Rampe. Ach so. Und dann wieder eine Rampe, gerade Fläche und die musst du immer abwechseln. Ja, ja, bis zuerst. Ja, du kannst damit anfangen und dann einen Gehweg drauf bauen. Das sollte gehen. Ja. Gehweg, Rampe, ja. Machst du halt immer zwei von den Dingern. Ich hab nur noch einen. Äh. Hä? Hä? Frag mich nicht. Loll. Ja, man kann die mit Mausrad drehen. Mach du ran. Hast du jetzt zerstört? Ja. Machst du gerade? Warte, ich hab nichts mehr. Ja, ich mach gerade. Wenn du aufhörst, den zu gucken, sehe ich auch was. Ach so. Ui. Na, mach noch mal bitte. Ja. Ich möchte da nicht stolpern. Ja, man kann drauf gehen. Loll, bei mir ist es nicht da. Perfekt. Beim nächsten Mal ist es dann da. Hast du Schnecke? Ach da, hier. Hier ist der Weg. Elektroschnecke. Und da unten ist Mordados-Zeug. Ja, oui. Ist das cool. Oh. Ja, ja. Soll ich jetzt hier runter bauen? Das wäre, glaube ich, oder? In beide Richtungen runter bauen vielleicht. Weiß nicht. Ja? Hm. Also von hier aus kommen wir auf jeden Fall schon mal nach Hause. Das ist ja das Wichtigste. Ja, ich kann ja einfach hier oben drüber gehen. Komm, Mordados-Weg, ey. Was, was, hat Mordados da irgendwas gebaut? Ich habe das abgezumackt, weil ich später die, vielleicht für die Kupferdrähte noch brauche. Habe ich die halbiert. Geht so bescheid aus, ey. Überall diese Dinge. Alter, alles blinkt hier rot. Ach so, du baust hier eine zweite gerade schon. Ja. So, Meilenstein ist, äh, drin. Ist cool. Logistik Stufe 2. 20 von den Stahlplatten. Ja, ich hole sie raus. Teure Preise. Für uns nicht. Ach, du bist schon drin. Da waren nur sechs Stück drin. Weil nicht mehr, ja, die eine Maschine blinkt, äh, die Maschinen produzieren gerade nicht mehr. Wieso? Weil ich zwischen den Maschinen feststecke. Hilfe. Inset Fuel, ist kein Fuel drin. Warum? Kann mich jemand tasern? Hallo? Ja. Komm, das mache ich echt gerne. Manu, hallo? Lauf doch nicht weg. Manu, hallo? Ja, Alter, ich muss dann erstmal finden. Ich taser dich. Ja, ich bin an der äußersten Maschine. Ach so, ich sehe dich, ich sehe dich, ich rette dich. Ey, Bruni. Okay, von hier kriege ich dich nicht getasert. Oh. Lol. Ja. Willst du sterben? Ich wüsste sonst nicht, wie ich hier rauskriege. Alter, ich kriege... Oh, ich hänge auch fest. Darf ich euch beilen? Stürf, Maudato. Nein. Oh, ich bin diesmal gerespawnt. Ey, die Schnaz, du kriegst es sauschwer. Ich habe noch ein Herz. Zweimal noch oder dreimal. Okay. Nice. Meine Rache. Okay, nicht zwischen engen Maschinen durchspringen. Ich habe es gelernt. Das liegt an unserem tollen Exoskelett. Aber wieso krass sind? Äh, ist das da meine oder... Ja, das ist das meine. Alles nehmen. Botti. So. Äh, achso, ich habe hier ein paar Elektroschnecken. Dann kann ich hier ein paar Energiefragmente... Zwei? Habe ich meine Schnecken... Ich habe auch eine Elektroschnecke, ne? Könntest du haben. Ich habe eine gelbe Elektroschnecke. Was ist denn eine gelbe Elektroschnecke? Hallo? Hier eine gelbe. Scannen. Ach, wir brauchen wieder Rotoren. Elektromio. Hast du Rotoren mittlerweile, Maudato? Äh, ja, hier ist die Maschine. Die muss aber erstmal verstromt werden. Dann geht's. Äh, das haben wir alles. Okay, dann mehr Energiefragmente. 250%ige Leistung. Ja. Äh, geil. Äh, ja, verbind's mit dem hier. Oh, da sind schon vier dran. Äh. Ich brauche neun. Oder warte, wie viele sind hier dran? Äh, zammeln. Lass hier nichts mehr ran. Ja, dann lass das mehr ranpasst. Ich kann nicht, ich kann nicht um beide kümmern. Was ist los, Manu? Äh, aber kannst du hier die Eisenplatten reinpacken, die du genommen hast? Ich habe drei Eisenplatten da rausgenommen. Ja, dann pack doch rein. Das ist das Einzige, was fehlt. Okay, dann schließe ich den jetzt da an. Ich hoffe, er überlastet jetzt nicht. Wie soll er überlasten? Da ist noch nichts dran an dem Strommast hier. Achso, warte. Das mit... Nee, die kann man nicht verbinden. Du kannst nur einen dran verbinden. Dann brauchen wir den besseren Strommast. Nein, du machst das Kabel weg. Und verbindest jetzt den damit. Und jetzt verbindest du den nochmal mit den restlichen Maschinen. Äh, mit hier hier wieder. Wo hast du es gerade weggenommen? Hier, das zwischen den beiden ist weg. Echt ärzt und ohne Kabel. Das zwischen den beiden ist weg. Ja, ich habe keine Kabel mehr. Okay, du hast auch keine Kabel. Ich craft mal ein paar Kabel. Alter, komm, sag mal, Manu, wo der Kupferdraht ist, ist dieses Kupferdrahtding einfach leer. Ja, das war das Einzige, was immer voll war. Alter, guck mal bitte nach oben rechts. Das ist einfach schrecklich mit Manu. Alter, ihr werdet nur bei Stufe 1 und das wisst ihr. Alter, der hat ja richtig viel Kapazität zum, ey. Das ist ja der Mega-Generator. Ist der überlastet? Nö. Deswegen bin ich ja so begeistert. Ich habe halt 250 Prozent. Der ist so gut wie zweieinhalb Generatoren. Ich bau den gleich ab. Prank. Ja, aber die ganze hintere Reihe ist ja noch nicht angesteckt. Ja, es ist ja angesteckt. Ja, ich hab's. Ja. Ist er überlastet? Scheinbar noch nicht. Ja, ich hab's nicht angesteckt. Hä? Ne. Manu, warte, bitte. So, dann machen wir das da hin. Wir gucken hier gerade wegen dem Strom. Wir sind jetzt an der Grenze. Jetzt darf keine Maschine mehr ran. Es ist überlastet. Zack, kaputt. Danke. Ich hab was sogar abgeschlossen. Ich hab gerade eben was weggemacht. Okay, dann sind es eins, zwei Maschinen zu viel. So, jetzt gucken wir mal. Hast du was geändert? Jetzt wäre alles dran. Aber davor ist es ja schon überlastet, bevor ich das geändert habe. An, überlastet. Okay, dann machen wir... Ja, machen wir den da weg. Warte. Ah, der ist das. So, jetzt geht's jetzt. Jetzt. Das geht nicht. Äh, warte, ich ziehe. Ne, geht nicht. Warte, dann mache ich den da noch aus dem Strohkreis. Geht's jetzt? Ah. Ne, es ist immer gleich hoch. Ach, wahrscheinlich, weil wir denen Aufgaben gegeben haben. Ah, es ist mehr Strom verbraucht. Ja, genau. Äh, okay. Heißt, die da müssen auch noch... Warte, 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 da mache ich... Mach mal die Stromkabel von den hinteren einfach weg und steck eine nach der anderen an. Und dann sehe ich ja, wie viele ran dürfen. Ich mache einfach nochmal ein Stromkabel weg. So, jetzt geht's anscheinend, oder? Äh, jetzt ist am Limit, glaube ich, gerade. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ne. Das, das, das hat, also das hat 30% der Auslastung gemacht, was auch immer das war. Ja, das war der SMP, oder wie auch immer er heißt. Der am Ende alles zusammen craftet. Manufaktor? Genau. Ja, also der, der, der viel Strom frisst, war... Okay, kein Manufaktor dran stecken. Okay. So, jetzt nochmal? Ist doch noch an. Also es läuft. Okay, schließe ich noch irgendwas an. Äh, wollen wir das, äh, abreißen? Ja? So. Nein. Ich kann Kohle-Ding machen. Ja, aber wir haben noch das Kohle noch nicht hierher geholt. Ja, ist egal, ich habe 100 Kohle, reicht. Hier, wohin? Ja, dann stell es einfach mal hier hin, oder so. Wir können es ja nochmal abreißen. Oh, ist ein Hello Power. Hier, wo ich gehe, am Fall in die Mitte. Äh, oh Gott. Dann, äh, pff. Bist du sicher? Ja, ich reiß es ja nochmal ab. Okay. Alter. So, ich pack mal, Alter. Der arme Planet. Ich pack, ach, du hast schon. Haben wir die besseren Stromleitungen dadurch auch bekommen? Ja. Äh, ja. Ich glaube, einiges. Äh, maudatum, wir reißen die Stromleitungen alle ab und machen jetzt die neuen Stromleitungen hin. Nee, ich glaube, ich habe es jetzt raus. So kann es... Ja, das ist egal. Das macht euch kein Kabel ran können. Oh mein Gott. Dass ihr euch jetzt darum kümmert. Das ist die absolute Hölle. Ja, ihr macht das gerade, wenn wir den Kohlescheiß machen können. Ja, ich will, dass die Produktion läuft. So, das war's. Meine Hoine. smiling.